Ja, natürlich bin ich bereit, aufzubrechen. Los geht's. Da wurden wieder super Tipps gelesen, wie man dieses Videoproblem in den Griff kriegt. Zum Beispiel auf 720p umzustellen. Dann stürzt das Spiel direkt ab. Geht gar nicht mehr. Aber was sollen wir da machen wegen den letzten beiden Levels? Oder jetzt quasi das Finale. Der Endbus. Oh nein, nicht das Auto. Oh, Glück gehabt. Hmhm. Finale. Das bedeutet, wir müssen den EGTO 1 nehmen. Ich fahre. Vielleicht sollten die Trainers fahren. Jaaa. Ohhhh. Ich hätte gerne ein Auto gefahren. Jaaa. Den EGTO 1. Jaaa. Joa. Ich nehme die finanzarten. Ich lasse mit dieser Proton-ACcelerator. Wiss das? Wiss das. Wiss das. Wiss das. Wiss das! Hmhm. Hmhm. Ja, klar. Schick den Azubi. Gate Control. Okay. Haben wir ein Stück vor uns. Äh, sieht Sleevel aus. Okay. Oh, äh? Alles klar, ich will das zwar nicht. Ne, ne, ich lasse den Stream an, wenn ich essen gehe nachher. Ich lasse dann irgendwas laufen. Vielleicht einen Stream. Einen alten. Oder älter. Und dann geht's los. Oh, das ist hier glaube ich noch nicht. Muss ich noch weiter. Vielleicht da rein? Ne. Ich schreibe noch mal in den Discord, dann kann ich noch ein bisschen Worf anerzocken. Ja, alles klar. Alles klar. Ja. ja hier ist zu wenn wir es mal hier gucken nee okay dann gehen wir mal hier lang warum kommen wir da hoch, ne da ist nichts, oder? hoho naja hätte er sein können wo soll der Schalter denn sein? wer baut denn so einen Friedhof? oh oh Gott oh leicht erschrocken macht das weg weg mit den Baumwurzeln hier 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 So, wieder draußen. Da mache ich jetzt, aber da muss ich bestimmt hier Schleim und Boden, Schleim und Boden, jawoll, komm rein Ecto. Irgendwie habe ich das jetzt aus dieser Szene gerade auch vage in Erinnerung. Habe ich das durchgespielt damals? Das ist ja sehr ungewöhnlich für meine Verhältnisse. Ich bin so jemand, wo jede Woche ein neues Spiel gestartet hat und keins davon fertig gespielt hat. Oder kaum eins davon. Kaum eins davon. Kaum eins von denen. Alter. Manchmal. What the hell? Kitzelt. So. Ja, dann da lang. Auch nicht. Ganz schön verwinkelt. Ich wollte gerade sagen, das jetzt nicht abstürzen. Du sah sie auch, nicht wahr? Sie denken, sie sind schrecklich. Wir werden sie raus und flanken sie. get the one with the books werden der bücher machen wir zu sieht so aus mal und ich falle in schweißen bei mir ja aber das ist meine volle Und zu dir. Das war gut. Das war sehr gut sogar. Okay. Wo geht es jetzt weiter? Hier vielleicht? So. Nö. Wir runen nicht away. Oh? Da drin? Wieder so eine Geistertür? Nee. Hm. Was willst du? Picker eben das Gerät. Oh. Gehen wir mal weiter. Gucken. Oh. Oh. I'm on your team. That's not friendly. Boom. Oh. 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 Rein mit dir. Rein mit dir. Oh. Jawoll. Oh. 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 jetzt sollten wir nur noch mal gucken auf was schießt du wo es jetzt weiter geht ich bin jetzt bisschen durcheinander aber näher er kennt den weg was hier los ja toll jetzt ist mir nicht wo am labyrinth dann laufe war einfach mal das ist der schlüssel eben ist rausgeschlagen dann schießt er auf mich halt doch das missgerät hier nicht das können ich kann aber den weg nicht mehr vielleicht muss ich den weg auch gar nicht machen woa 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 ja erledigt wo ist jetzt der schlüssel wieder alter lauft da gehen wir mal in die richtung da kommt gleich das ist mir sogar richtig so und so das ist mir ja komm weiter mhm übel aus central park hat sich ein bisschen verändert würde ich mal behaupten ne hier doch weiter ein merkwürdiger baum mit schwarzen früchten das 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 bedeutet eine von zwei Dingen. Either wir in trouble, oder wir gehen. Ist es ein Unterschied? Hey, wir haben einen Testofroton-Pax in der Reine. Das ist das, was der Recruite jetzt macht. Great! Warte mal, ich habe einen, auch. Das stimmt, Reine. Wie geht es so weit? Du riechst irgendwelche Brünen, oder erlebst du irgendwelche Schmerzen? Du bist der erste, der wissen. Oder der zweite. Was hat er als die gemeint? Und das die Proton-Dinger? Ja, ja. Ja, ja. Komm runter mit dir. Ha! Hab ihn. Oh, komm. Schieße auch mal mit dem Ding. Lüge. Okay. Da. Okay. Was ist denn nichts? Mach ich. Das ist aber nichts zum Scannen. Oh, was hier wieder? Oh, what the hell? Oh, er wieder. Oh, wie knapp ist er, aber viel besser, ne? Oh, noch mal so einer. We need to get out of here. Oh, Falle geworfen. Ja, irgendwas hat das Ding entdeckt. Grafmonster. Ja, mach ich doch. Ist das wieder so eine Skals verwandt? Oh. Oh. Oh, man war ich fertig hier. Oh. 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 Okay. Oh. 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 Oh, komm. Rein mit dir. Rein mit dir. Oh. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017